hallo da draußen schön dass ihr da eingeschaltet habt zur nächsten folge der willian nicht mehr beta eigentlich schon lange nicht mehr beta müsste schon einige folgen aufgenommen haben jetzt und spielt mit wenn ihr bock habt unsere gilde die wilden wölfe nein wie ist er noch mal wolfsrudel ihr seid doch die wilden wölfe ja wir machen weiter steffi ist wieder mit dabei wie gewohnt ich glaube mal ein bisschen auf die jungs darauf sollte auf die tasse drücken hier wirklich braucht er ist auch schon die nächste quest oh mann er hat mir anzugreifen aus und gab stein nehmen ja offenbar wir müssen dann machen wo diese absteine alle also ich habe jetzt die grabsteine jetzt auch hier im grab was wir kommst du zurück ich gebe das jetzt ab das kurs ich weigere mich nachzugeben hat er gesagt ich würde gerne umbringen ich hoffe dass ein paar minuten gräber noch zwei stück machen ja wie gesagt sind hier magst du die verfluchten besiegen oder warum erst die wandhuten erbstöcke holen die erbstöcke sind auch hier ich komme runter ich reite aber über die wege ich bin ja zivilisiert ich habe dieses abstecker die cloud macht nix ich nehme das hier ich denke daran dass deine devillion form hin und wieder zu benutzen damit du die aufstehen kannst du ja auch vorst oder punkt weil ich sagen muss ich vergesse das auch gerne da ist gut wie du sagst hast du alle erbstücke ja logisch ich habe wieder einen freundschaftspunkt bekommen ich scale den erstmal kurz und ich habe ein neues catnamb bekommen das von hauten catnamb und freust du dich das ist ja wie weihnachten und ostern zusammen müssen wir zum flüchtlingslager oder bin schneller ich bin schneller habe ich jetzt schon wirklich bock auf so ein neues mount irgendwas was nicht jeder dödel hat ähm hast du in den shop mal geschaut da gibt es zwei so zum kaufen ein tiger und ein pferd mhm ok klingt bisschen wie von pipi langsturm ein tiger und ein pferd was mir irritiert ist dass ich meine rolle nicht mehr machen kann ach so ich habe ja auf dem ding da drauf und bei der glücker ist halt wie gesagt dieses einhorn in der kiste drin aber das ist selten sprich mit heilerin merzadir mhm sei gegrüßt jubiliane möge kawala dich segnen natürlich möge mich kawala kawala mhm so ähnlich oh ok so die alterzeit quest ja wir einigen uns darauf dass wir das oben machen oder die sind eh beide zusammen hier ja gut erkannt ja manchmal habe ich so meine lichtigen momente ist das nicht zombies hier oder was das hier ja das sieht so aus wie geht der zorn aus zu wenig zorn wie auch m müssen wir die schon wieder einzeln aufgeben die arzneivoräte ja die Der muss Spinnen rauskommen, Mann du. Jetzt klappt er sich schon da hinten. Ja, der wollte. Der hat's doch angelegt. Ich bin doch nicht bereit. Fehlt dir noch was hier? Oder klopst du was? Naja, ich muss diesen rein so einen Haufen noch raufheben. Okay. Und manchmal haue ich einfach nur aus reiner Freude drauf. So, du kannst kurz mal ins Inventar gucken. Ich habe nämlich gerade interessante Sachen bekommen. Ein Messadiers Arzneivorrat. Achso, das ist das Questgegenstand, oder? Ja. Und da habe ich ihn auch hier von Haut und Harnisch. Da waren Huten. Blau ist aber selten als grün, ne? Genau. Max Gesundheit, Minus 98. Magie, Minus 78. Ja, da kriege ich dann doch ganz schön runter hier. Gut. Pech gehabt. Und ich habe noch eine robuste Beintasche. Durchdringung Minus 8 und Stärke Minus 3. Aber hat Magieabwehr und körperliche Abwehr mehr? Nö, ist scheiße wenig. Alles klar. Wo rennst du hin? Ich muss den besiegegepeinigten Alan, steht hier bei mir noch. So, was ist der Quest. Okay, ich hatte jetzt beide schon abzugeben. Ja, dann geh mal vor und dann gucken wir mal. Ja, vielleicht muss ich den Typen da... Ich meine, es muss ja nur einer von denen da oben sein. Da kann er nur. Das wollte ich eigentlich sagen. Das war der Typ in der Elke, oder wie? Wahrscheinlich. Na komisch, den habe ich doch gerade weg gemacht. Er ist schon tot. Jetzt aber. So, nochmal ins Inventar gucken. Halt, das Inventar war... Okay. Auf geht's. Sprich mit Rundle. Ich habe diese Vögel hier. Ich werde meinem Meister ewig dienen. Bitte hilf mir. Okay. Wieder verkaufen. Ah, stopp. Ich habe alles, was du je brauchen könntest. Also wenn die Sachen einfach nur weiß sind, dann verkaufe ich die im Grunde ohne zu gucken, was das ist. Ja, ich habe jetzt einen Grün verkauft, weil ich ja schon das Blaue an habe. Das war das, was ich gerade angeschaut habe. Wenn du blaue Sachen nicht mehr brauchst, dann würde ich gucken, du siehst ja schon, wenn du mit dem Mauszacker drüber gehst, was du kriegst, wenn du das kaputt machen würdest. Wenn dann diese ledernen Münzen dabei sind, dann würde ich die eher kaputt machen, also bergen, bevor ich sie verkaufe. Okay. Weil du dir mit den Münzen dann wieder neue Sachen kaufen kannst. Untersuche die Leichenhaufen und Ostgarten. Ja. Wir haben auch die schönsten Aufgaben hier in dem Spiel. Tja, einer muss es ja machen. Ja, kommt mir ein bisschen vor wie so ein... Was ich cool finde, guck mal der hier. Der Name. Knorrante Leiche. Er hat keinen Mund und seine Augen sind gleichförmig weiß. Hexen oder wie? Ja. So die restlichen Seelen befummeln hier. Leichen. Ja. Ach, jetzt weißt du was passiert ist? Ich habe vorhin wahrscheinlich mal ein Hotkey für die Leertaste gewechselt, deswegen kann ich nicht mehr rollen. Okay. Bei mir steht jetzt Quest verfügbar. Hast du auch Quest verfügbar? Ja. Okay. Ähm. Ich will nur ganz kurz mal Hotkey anschauen. Ich will nur mehr, das muss kein Timex hergestellt werden. Nee. Ich will nur nicht mehr wollen. jetzt geht's ja perfekt hast du auch die leiche hier ja das musst du anfassen den altraum klumpen ich hab jetzt dreimal mit rosanna reden war das nicht mal ein lied rosanna so tust du ihn noch mal warum nicht jetzt fahren jetzt sind wir drei seine flauschtypen die sind süß machen komisch geräusch finde ruhig lieblingsplatz wir müssen eher so da richtung laden Wir müssen wahrscheinlich durch das Tor da oben. Da ist noch so eine Tanten, wo rennst du hin? Hier sind aber noch Quests oder? Mach einfach mal, du hast was mir gefällt. Okay, warte dann komm ich mit. Ja ich nehm so eine Blumenschnur auch noch mit raus. Quests abschließen? Mhm. So ich hab noch ein bisschen gebittere sehen. Ja hab ich auch noch zwei. Okay. 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 Jetzt kommen wir zu deinem Lieblingsplatz. Alles klar, Leute. Ich maunte mal und würde sagen, in der nächsten Folge halt immer so länger halten, ne? Achso, der Willi dann zeige ich jetzt vor. Ups. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zugucken und dann wird es wieder lustig hier mit mir. Und Wintermund EP, danke fürs Reinschauen. Schöne Feiertage noch. Ciao. Tschüss.